Hey, ich bin Lilli, ich bin 14 Jahre alt und wohne in Hamburg. Meine Hobbys sind Tanzen und Akrobatik. Bei Akrobatik, da baut man halt Figuren, das soll immer sehr elegant aussehen. Ich bin jetzt eigentlich nicht alter, ich muss nicht perfekt aussehen. Ich meine, es gibt genug Situationen, wo man hässlich ist. Und das macht ja auch Spaß. Oh, das ist wunderschön geworden. Ich denke, Lilli wird in der Mädchenwege gut zurecht kommen, weil sie sehr offen ist und auch jeden ohne Vorurteile betrachtet. Auf jeden Fall werden die anderen Mädchen, glaube ich, auch sehr viel Spaß an ihr haben, weil sie halt immer lustig drauf ist. Oh, das sieht ja gut aus hier. Was gibt's denn heute Leckeres? Schweinssau. Ah, ja. Kochen macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich meine, es ist ja auch kreativ und so, sich dann Sachen zu überlegen. Ich denke schon, dass ich die anderen auch dazu kriegen werde, dass wir zusammen kochen, weil ich habe jetzt auch keine Lust, dass wir immer jeden Tag Fastfood essen. Ja. Dann? Ja. Dann? Ja. Ja. Schmeckt toll. Cool. Kann man dich ja glatt vier Wochen alleine lassen. Ja, nur weil ich muss hinkaufen können. Tschüss, Papa. Viel Spaß. Mali. So. Das haben wir schon nie so lange nicht gesehen. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Pass gut auf dich auf. Tschüss. Es strammt oleh. Ein Gerandmann anzimToast. Bei Ho 구� Reisent. Bis zum nächsten Mal.